Versuch das gar nicht erst. Was willst du? Mach dich, O-Man! Wir haben keine Zeit. Nice, bei dir auf einen Schlag. Danke, Frustschutzmittel. Und das was Gutes ist. Was wir hier zusammenbrauen. I don't know. Ich bin so viel vor, aber das ist so viel schlimmer. Keiner auf die Worte für mich. Keiner auf die Worte. Ich habe das nicht wirklich ernst. Es ist wichtig, Mann. Es wirklich wichtig. Okay, okay, ich bin sorry, okay? Ja, das ist nicht dein Worte. Du bist der erste Live-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Ja, ich bin in einer Fahrt. Kein Worte für mich zu gehen, ist es? Ja, das ist richtig. Du war immer so ein Worte. Ich werde das von jetzt an benutzen. Ah, schon so. Kann ich dir nicht einfach eine Plattform? Okay, ich glaube, ich muss aussteigen. Das war auch einfach. Aber ich habe es mir auch einfach gemacht. Und weiter geht's. Ab zum Braumeister. Wir sehen, woher... ... so schön genannt haben. Ein einfacher Tät, der sie beschützt. Ein Tee mit Frostschutzmittel? Na gut, ich habe ja keine andere Wahl. Hey, wait, you got any noodles? I could really go for some noodles. Nee, gerade nicht, sorry. Den Hinterhof durch die Küche betreten. Onkel Salty? I got it. You sure will work. How could you even mask that? Homefight is the best in the business. Yeah, well, if I go blind, I'm blaming you. Ich kann mal schauen, ob das was wirkt. Ich kann mal schauen, ob du es nicht mehr tun. Move! Son of a bitch! Was? What the fuck? Shit, 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 shit. Ich schneide euch geistert auf. Boom. Lass mich los. Er hat eine Belohnung im Bericht. Hungrige Geister. Sicheres Haus in Northpoint. Dämonen sind in Northpoint erschienen. Denn Höllenschreine sind in Northpoint erschienen. Oh, yes, crap. Hey, wait. Ich glaube, irgendwas passiert im Hafenviertel. Du solltest es dir ansehen. Hungrige Geister, die Toten müssen ordentlich begraben und von ihren noch lebenden Verwandten angemessen geehrt werden. Wenn nicht, dann kommen sie zurück als hungrige Geister, die dazu verdammt sind, auf ewig Hunger zu leiten. Während des Festes der hungrigen Geister kommen sie zurück zu dieser Welt, um nach Essen zu suchen. What the fuck? Okay, jetzt gibt es irgendwelche Schreine hier wieder auf der Map. Sieht zwar, die Schreine würden erscheinen, aber ich weiss jetzt nicht, ob auf der Minimap oder... ...einfach auf der Map. I don't know what's happening here. ...und die Flisten retten. Tch. ...so doof. Scherken besiegt Shi... ...Shiangshi Basketball... ...Shenzen. Was ist das? Uh, nice. Schwert. Oder Katana, besser gesagt. Ich zeige mal die Map. Jao, guai, alle. Was ist denn das? Warte, was steht da? Irgendwas stand doch gerade. What? Wie, das ist so viel Zeug zum Einsammeln? Nein, warte, ich glaube, das ist falsch. Das haben wir ja alles schon eingesammelt. Kannst du mir nicht sagen, dass wir... ...dass wir nochmals alles einsammeln sollen. Ich fahre mal dahin. Keine Ahnung, was es ist. Okay. ...siegt so doof aus. eigentlich die Karte an die Stirn und weg sind die Leute. Geister. Scherden besiegt. Schaulinkrieger. Okay. Interessante Sachen gibt es hier. Ich frage mich ja wie diese Schreine aussehen. Oh. Achso hier. Was sieht mir nach so einem Schrein aus? Hüllenschrein benutzen. Einer von 10. Je mehr Schreine sie finden, desto grösser ist ihre Schosse gegen den Brand zu stecken, wenn ihre Ansehensanzeige voll ist. Einer von 10. Zehn Stück. Ich denke mal wahrscheinlich auch einer hier. Ähm. Er ist auf dem Markt. Genau das würde ich sagen. Don't leave me here. Ich benutze eher schwere Schläge, um die Chance zu erhöhen, dass die Gegner im Brand gesetzt werden. Schäden besiegt. Der Bunga. Was auch immer das ist. Gibt's doch sicher hier nen Schrein. Nicht? Okay, dann halt nicht. Wie peinlich was hier in die Luft fliegt. Dort ist ein Schrein. Ich weiß, dass Sie alle warten müssen, um mich zurückzunehmen. Alle wie Zombies. Da habt ihr wohl mit mir nicht gerechnet. Das ist ein Schrein. Das ist ein Schrein. Ich bin 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 ein Schrein. Ich habe da gerade nicht richtig ausgepasst, was brauchen wir, um die zu besiegen? Diesen Tee oder was? Nee, alles gut. Ich kann das schon. Natürlich. Natürlich. Niemals. Werfen sie Xiangji in die Energiequelle, damit keine neuen Xiangji noch kommen. Meine Schleifte. Wir sehen, wie du möchtest, Smiley-Captain. Ich bin der Schau-Wu. Ich bin der Schau-Wu. Ich bin der Schau-Wu. Nice one. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.